hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier über battlefield 1 ich habe euch ja im letzten platoon video gesagt dass wenn es updates dazu gibt ich euch sofort informieren werde und ja heute ist der frühlingsbatch gekommen der das sozusagen ins game gebracht hat und da dachte ich mir nehme ich euch direkt mit während ich hier züge auf deutsch das ist übernommen worden ich dachte ich wollte den jetzt gerade frisch neu mit euch erstellen und jetzt sehe ich einfach dass das schon ja alles übernommen wurde von der cte aus ja interessant ja dann würde ich sagen dann würde ich nicht allzu lang in die länge ziehen hier ich ihr könnt jetzt hier euch als mitglieder bewerben hier für diesen clan wenn ihr bock habt natürlich und ja ich habe mir auch noch überlegt hier ist noch eine beschreibung da habe ich jetzt nur irgendwas random mäßiges reingeschrieben da habe ich mir überlegt dass leute die keine ahnung youtube oder sowas machen und gerne auch bf1 spielen dass sie dann dort mit in die beschreibung mit rein können von dem platoon damit man sich gegenseitig ein bisschen unterstützt fände ich ganz cool also wenn ihr bock habt dann im platoon mit zu joinen dann schickt einfach eine einladung oder versucht oder bewerbt euch wohl eher versucht euch dann da zu bewerben und ja ich werde euch dann annehmen auf jeden fall sobald ich battlefield 1 wieder spiele aber das sollte naja bei meinen täglichen streams werde ich das vielleicht auch dann mal machen also noch mal kurze eigenwerbung hier ich streame täglich tatsächlich auf www.twitch.tv slash neuro den link pack ich euch unten in die schreibung rein und ja bis ich war noch weiter in die länge ziehen also man sieht sich hoffentlich dann im platoon wie ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017